Tabellen einfügen und löschen In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen alle Möglichkeiten, um in OpenOffice Writer Tabellen einzufügen bzw. diese wieder zu löschen. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Sie gelangen zum Fenster Tabelle einfügen, indem Sie im Menü Tabelle auf Einfügen Tabelle klicken. Eine schnellere Variante, um in dieses Fenster zu gelangen, ist die Tastenkombination STRG plus F12. Wählen Sie nun die Tabellengröße, indem Sie die Anzahl der Spalten und Zeilen eingeben. Klicken Sie anschließend auf OK, um die Tabelle einzufügen. Es gibt in Writer auch noch eine schnellere Möglichkeit, um Tabellen einzufügen. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Klicken Sie in der Symbolleiste Standard auf den Pfeil neben dem Symbol Tabelle. Wählen Sie die gewünschte Tabellengröße aus und bestätigen Sie diese mit einem Linksklick. Wir zeigen Ihnen nun die beiden Möglichkeiten, um eine Tabelle zu löschen. Markieren Sie die Tabelle, welche gelöscht werden soll. Wählen Sie im Menü Tabelle, Löschen, Tabelle aus. Sie können eine Tabelle auch schneller entfernen, indem Sie, nachdem die Tabelle markiert wurde, in der Symbolleiste Tabelle, welche bei einem Klick auf eine Tabelle automatisch erscheint, auf Zeile löschen klicken. Wir sehen uns beim nächsten Mal.